Emi scheint ein ganz normales Mädchen zu sein. Mit einer besonderen Gabe. Sie kann mit Pferden sprechen. Cesar hat geschummelt. Wir sollen nicht wie ein ganz normales Mädchen handeln. Und sie ist eine echte Prinzessin. Mein Prinzessinnenballkleid. Du musst doch ein paar Tests bestehen, bevor du auf den Ball darfst. Beweisen, wie vornehm du bist. Und wenn ich das nicht schaffe? Doch als ihre Cousine Gisana auftaucht... Hallo Emi. Ich werde die perfekteste Prinzessin der ganzen Welt sein. Und was ist mit dir, Emi? Wird Prinzessin Emi auf die Probe gestellt? Drei, zwei, eins. Wir beginnen mit der Balance. Und jetzt, Eleganz. Wo bin ich hier bloß gelandet? Prinzessin Emi, du musst beweisen, dass du der Gabe würdig bist. Die Gabe, dass ich mit euch sprechen kann? Ein magisches Abenteuer über Mut, Freundschaft und Vertrauen. Hast du mir nichts zu sagen? Und eine etwas andere Prinzessin. Will irgendjemand etwas dazu sagen? Prinzessin Emi. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Schokolade? Heißcreme? Popcorn? Donnie! Emi ist im Kino. Emi ist im Kino. Er ist im Kino. Ich will jetzt elf